Ein Erdbeben hat große Zerstörungen in der Stadt verursacht. Mehrere Personen wurden verletzt oder befinden sich in großer Gefahr. Brände sind ausgebrochen. Rette alle Personen, behandle sie und transportiere sie ins Krankenhaus außerhalb der Stadt. Und lösche alle Brände. Damit verhinderst du, dass noch mehr Menschen durch die Folgen des Erdbebens verletzt werden. Im Einsatzgebiet hat das Erdbeben große Zerstörungen verursacht. Eine Autobahnbrücke ist zusammengebrochen. Hier befinden sich Personen in Gefahr. Außerdem gibt es auch Opfer, die unter Trümmern liegen. Im Einsatzgebiet sind Brände ausgebrochen. Als die Brücke zusammengebrochen ist, sind mehrere Autos von ihr heruntergefallen. Die verletzten Fahrer befinden sich noch in den Autowracks. Kranfahrzeug. 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 Tanklöschfahrzeug. Umgehend durchgeführt. Feuerwehrmann. 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 Feuerwehrmann mit Löschschlauch. Wird ausgeführt. Feuerwehrmann mit Löschschlauch. Klicke auf ein verunglücktes Fahrzeug. Tanklöschfahrzeug. Feuerwehrmann mit Löschschlauch, Löschbe. Drehleiterfahrzeug. Kranfahrzeug. Notarzt. Feuerwehrmann. Wird umgehend durchgeführt. Sanitäterteam. Klicke auf einen transportfähigen Patienten. Tartel. Feuerwehrmann mit Löschschlauch, Löschbereit. Gut gemacht. Du hast die beiden Personen, die sich in Gefahr befunden haben, gerettet. Feuerwehrmann mit Rettungsschere. Tanklischfahrzeug. Notarzt. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Klicke auf einen Hydranten, um den Schlauch anzuschließen. Wird ausgeführt. Tanklischfahrzeug. Schon unterwegs. Feuerwehrmann mit Löschschlauch. Wird ausgeführt. Feuerwehrmann mit Löschschlauch, Löschbereit. Feuerwehrmann mit Löschschlauch. Pass auf, die Brände weiten sich aus. Bald geraten sie außer Kontrolle. Du musst sie so schnell wie möglich löschen. Tanklischfahrzeug. Verstanden. Feuerwehrmann mit Löschschlauch. Wird ausgeführt. Klicke auf einen Hydranten, um den Schlauch anzuschließen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Okay. Auf dem Weg. Okay. Auf dem Weg. Verstanden. 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 Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wird umgehen durchgeführt. Auf den Weg. Rettungstransportwagen. Klicke auf zum Krankenhaus in der Leiste am unteren Bildschirmrand, um den Patienten im Wagen zum Krankenhaus zu transportieren. Auf den Weg. Du hast die Lage im Erdbebengebiet gut in den Griff bekommen. Alle Brände sind gelöscht. Es gibt keine Personen mehr, die sich in Gefahr befinden und alle Opfer hast du ins Krankenhaus transportiert. Das war ein schwerer Einsatz, aber du hast ihn erfolgreich abgeschlossen.